Bätschitransport, Eliane Stauke. Grüezi, Frau Müller. Ah, Sie wollen den Mulden für auf Aarau bestellen. Da sind Sie an der richtigen Stelle. Sie können bei uns Mulden bequem per Telefon oder am Computer bestellen. Wir liefern die Mulden in Aargau und in die umliegenden Regionen. Von den kleinsten 1³ Mulden über die Standard-Schiffli-Mulden 4³ bis zum Grosscontainer haben wir die verschiedensten Grössen in unserem Sortiment. Hallo Rübi, hier ist Eliane von Dispul. Bist du schon fertig mit deinem Auftrag in Wettigen? Ah, super, ich schicke dir gleich den Anschlussauftrag in Aarau aufs Tablet. Das wären 4³ Mulden bei der Familie Müller. Wir können Ihnen die Mulden innerhalb eines Arbeitstages liefern. und wieder abholen. Das Familienunternehmen Bärtschimulden und Containertransport gibt es seit über 50 Jahren. Wir haben rund 50 Mitarbeitende, die für unsere Kundschaft täglich im Einsatz sind. Bei uns können Sie sich darauf verlassen, dass der Service funktioniert und dass alles Material umweltgerecht recycelt wird. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da und freuen uns, wenn wir auch für Sie gemeinsam sein dürfen. bei uns in den nächsten 많이 verhalten, wenn Sie sich damit verrufeant werden. Bei uns sind das Werteile INITIAS. Mängst bin in der nächsten Zeit, wenn Sie sich dann bei uns durchfl Shamitieren und anfangen müssen. Bei uns im Sammligen in den ganzen ersten Mal sehen, dass der Service ist das Werteile. Untertitelung des ZDF, 2020